... und am wichtigsten morgen Eiersüge von der Söhneblätter, ... und am Herzen auch mehr Wolken. Da kann es auch ein kleines bisschen regnen, aber ansonsten alles schier. Und das bei 19 Grad in Schwerin und bis zu 22 Grad in Emsland zu wollen. ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank.